Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? 24 Stunden pro Gold Challenge läuft. Ich bin schon eine Weile unterwegs, habe mich auch schon mit einem Kollegen getroffen für einen Glückstausch. Das lenne ich hier nebenbei ein. Ist ein älterer Herr gewesen, der in der Nachbarschaft gewohnt hat und dann umgezogen ist nach Dortmund. Muss heute hier irgendwas erledigen in München. Haben wir die Chance genutzt, die Gelegenheit und endlich mal getauscht. Ja, und jetzt mache ich hier paar Arenen. Normalerweise fahre ich ja stadteinwärts und versuche da die Arenen dann auf Gold zu bekommen. Aber rauf gibt es auch noch ein paar Arenen. Und die versuche ich jetzt heute zu machen. Oh Mann, ich habe mich schon umgeschaut. Ich glaube, es wird nicht leicht. Schaut mal hier drauf. Fünf Tage sind die hier drin und keiner macht irgendwas. Und auch hier weiter hinten. Die sind auch schon zwei, drei Tage drin. Ein Tag, warte. Zwei hier irgendwo auch. Zwei, zweieinhalb Tage. Also ich kann mir vorstellen, das wird ziemlich schwer. Ich werde direkt wieder rausgekickt. Hier, die ganzen Roten dominieren hier. Sind hier einfach dauerhaft drin. Und ich als gelber Sternfried werde dann direkt wahrscheinlich wieder rausgekickt. Und fertig mit dem Gebiet. Die zwei habe ich schon auf Gold. Aber hier hinten, die Arena, habe ich jetzt auf dem Rückweg bereits nochmal gelb gemacht. Weil die wurde bereits gekickt. Mal schauen, wie lange die halten. Ich bin echt gespannt. Ich greife jetzt den Clusterspun hier ab. Und dann packen wir es runter in die U-Bahn. Das ist jetzt, glaube ich, kurz nach zwei. Also zwei Stunden haben wir schon hinter uns. Im Moment. Halb, halb drei sogar schon. Ich habe gerade eine Freundschaftsanfrage bekommen. Beziehungsweise die habe ich irgendwann gestern, vorgestern bekommen. Ich habe den Kollegen, habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, hä, woher hat der bitte meinen Code? Weil den hat eigentlich fast niemand. Der ist sehr, sehr geheim. Dann habe ich erst mal ein Geschenk von ihm gesehen, also bekommen. Dann habe ich abgecheckt, woher das kam. Irgendwo in Nordrhein-Westfalen dachte ich mir, ne, kenne ich nicht. Habe ich wieder gelöscht. Ich habe heute eine Instagram-Nachricht bekommen von dem Kollegen. War ein Asiater, ein Zuschauer, den ich kenne. Grüße gehen raus. Der hat ein Video von mir gesehen, wo der Code für einen Bruchteil einer Sekunde eingeblendet wurde. Und dann hat er mir die Anfrage geschickt. Zum Glück hat das bisher noch kein anderer entdeckt. Sondern bisher nur er. Echt krass, dass er das entdeckt hatte. Vor allem als Einziger. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, dementsprechend wird er belohnt und ich adde ihn. Grüße gehen raus. Und ich hole mir jetzt ein paar Kokowai-Cress. Vielleicht haben wir ja Glück. Um genau zu sein, weiß ich noch gar nicht, was wir heute so machen. Weil gestern ist das Wasti-Van zu Ende gegangen. Und jetzt einfach so farmen. Ohne Grund, ohne irgendeinen Bonus. Macht natürlich auch nicht so viel Sinn. Werden natürlich ein paar Gründen drehen. Auf der Farmen gute. Aber ja, schauen wir mal. So, kleines Update, Leute. Es ist halb sechs. Fünfeinhalb Stunden haben wir gezockt. Ja, an sich ganz normal. So hätten wir auch normal gezockt. Das Übliche gemacht. Hier und da. Ein paar Gründen gedreht. Und ein paar Rehen gemacht. Ein, zwei neue Gold-Arenen. Weil da hat halt nicht mehr viel gefehlt. Habe ich jetzt hier zum Beispiel schnell vorbeigeschaut, mich reingesetzt. Und wenn ich gekickt werde, wird sie wahrscheinlich auf Gold sein. Eine Kokowai-Quest habe ich mir gegönnt. Der Rest war leider zu weit entfernt. Aber ich habe die aus Versehen schon abgeholt. Nichts Besonderes. Kein Hunderter, kein Shiny, Leute. Leider immer noch nicht. Jetzt mache ich hier eine Pinkelpause. Das ist die Stabi, Stadtbibliothek. Da mache ich meistens Pinkelpause. Wenn nicht dann da irgendwo bei den Unigebäuden. Meine alte Uni. Ich kenne die Toiletten da in- und auswendig. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns den zweitbesten Döner in München gönnen. Und danach schauen wir mal. Weil danach geht es dann langsam in die extra Zeit. Die Zeit, die über dem ist, was wir normalerweise spielen. Das ist übrigens nicht der zweitbeste, sondern der beste Döner Münchens. Den habe ich mir jetzt gegönnt. Das Sandwich, wie ihr das nennt. Danach geht es weiter ein bisschen farmen. Und dann am Abend, wenn nicht mehr so viel los ist, mache ich ein paar Aränen noch. Alles plattform dann. So, Update. Es ist 20.33 Uhr. Wir sind ein bisschen Bus gefahren, um uns zu erholen. Um Kräfte zu sammeln. Und jetzt geht es langsam in Richtung Arena Tour. So, die Arenen von heute Mittag, die stehen immer noch. Überraschenderweise. Ich dachte, die Roten kommen direkt wieder und holen sich die Arenen wieder. Aber noch stehe ich in den meisten. Ich glaube, nur zwei wurden gekickt. Also überraschend. Und ich hoffe, ich stehe noch die ganze Nacht. Also auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Mal schauen, wie lange ich da drin bleibe. Jetzt machen wir erstmal noch ein paar andere Arenen. Alter, wo bin ich hier gelandet? Ich streife immer noch durch die Straßen. Es ist 22.13 Uhr, also noch relativ früh. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Ich versuche, ein paar Kämpfe noch unterzubringen, bevor der Tag zu Ende geht. PvP für Interaktion. Glücksfreunde müssen herkommen. Ja, und dann mache ich hier noch ein paar Aränen. Ich muss irgendwo noch einen Ort finden zum Pinkeln. Und dann haben wir auch die Hälfte geschafft. Dann wird es halt, glaube ich, so ab 0 Uhr, 1 Uhr bis in der Früh, 7 Uhr. Das wird, glaube ich, die harte Zeit. So ab 7 Uhr wird es wieder hell und dann sind wieder ein paar Läden offen. Zumindest ein paar, weil es ist Sonntag. Es fahren dann wieder ein paar Busse und so. Und dann kann man wieder, keine Ahnung was machen. Aber ich denke, da wird es dann wieder ein bisschen leichter. Und in der Nacht gibt es Lunarstein. Nicht vergessen. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ein Shiny heute Nacht. Wenn wir schon mal in der Nacht unterwegs sind und zocken, dann können wir uns auch einen Lunarstein Shiny gönnen. Wieso nicht? Hey. Das hätten wir uns echt verdient. Das wäre echt episch. Oh mein Gott. Das Licht ist viel zu heftig. Warte mal. Ich kann gar nicht gerade ausschauen. Auf jeden Fall. Update. Es ist 12 Uhr. Also 0 Uhr. Die Hälfte haben wir geschafft. Und ihr seht, ich bin noch fit. Ich bin noch zuversichtlich. Ja, ich denke so das Tief kommt um 3 Uhr oder sowas. Aber noch geht's. Highlight. Ein Hunderter in Neko bisher. Ansonsten kein Shiny. Nix besonderes. Ich habe hier viele Arenen gemacht. Vieles, was ich noch ganz knapp vor Gold hatte, habe ich jetzt auf Gold gebracht. Und ja. Ich versuche mich jetzt in 20 Arenen zu setzen. Fehlt nicht mehr viel. Aber die von heute Morgen. Ja, die sind immer noch da. Also ich wurde nicht gekickt. Sehr, sehr überraschend. Sprich, ich habe noch Platz für 3, 4 Arenen. Und dann schauen wir mal weiter. Mich hat es wieder in die Innenstadt verschlagen. Ich habe da vorne beim Stachos kurz was gegessen. McDonalds. Deswegen, wenn ich schon mal hier bin. Und irgendwie hatte ich echt Bock zu farmen. Ich habe meine 20 Arenen jetzt voll gemacht. Dementsprechend kann ich mich leider nicht mehr reinsetzen. In einen Tick, ihr sollte mal das Limit erhöhen. 20 ist echt nicht genug. Vor allem für aktive Arenaspieler. Aber ja. Jetzt drehen wir mal ein paar Runden hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich mache diesmal nicht das Licht an. Das blendet zu hart. Update. Neun Stunden noch. Es ist drei Uhr irgendwas. Also acht Stunden und ein paar zerkrutschte. Motivation am Boden. Um ein Uhr, da war ich noch richtig fit. Da hatte ich so ein Up. Da dachte ich mir, okay, gehen wir farmen bis sechs, sieben Uhr und dann schauen wir mal weiter. Aber das ist schnell verflogen. Ich zähle die Stunden runter. Acht Stunden und 43 Minuten noch. Update, Leute. Es ist fünf Uhr. Sieben Stunden noch. Ich bin eigentlich noch recht fit. Nur, ja, Füße langsam müde. Langsam tun sie weh. Und gefühlt spawnt eigentlich noch was. Agen habe ich 20 voll, wisst ihr. Ich habe hier auch alles schon plattgehauen und weiß gelassen. Also, ich habe nicht mehr so viel zu tun. Ich warte jetzt, bis der normale Bus fährt. Und dann setze ich mich für ein paar Grunde da rein. Ansonsten 10er habe ich gebütet. Leider anscheinend nur. Also, anscheinend ist schon okay, aber leider schlechte WP. Ansonsten, Powerbank hält gut durch. Lädt immer noch. Nach 17 Stunden. Nicht schlecht. 17 Stunden und sie hält immer noch. Update, Leute. Ich bin K.O. Ich bin tot. Ich bin weg, Mann. Oh, Mann. Und ich glaube, ich habe letztes Update nicht gedreht. Zumindest nicht mit euch, weil nur für Instagram und nicht mit euch. Vollkommen verplant. Auf jeden Fall wollten wir ja Bus fahren. Problem ist, der Bus kam erst in einer Stunde oder so, weil es Sonntag. Und ich hatte hier die Zeiten von unter der Woche nachgeschaut. Das heißt, wir müssen nochmal zu Fuß gehen, ein paar Stunden. Und jetzt kommt der Bus erst. So, fast geschafft, Leute. Es ist jetzt nach 11 Uhr. Wir können langsam in Richtung Heimat fahren. Ich steige jetzt gleich in die Tram hier ein und dann geht's ab nach Hause. Anstrengend. Ich bin im Bus jetzt ein paar Mal weggenickt. Hab voll viele Pokémon verpasst. Manchmal, ich war einfach weg. Weg war ich. Aber Fazit jetzt dann gleich noch. Oh, Alter. Zu Hause angekommen. Ich gehe erst mal schlafen, Leute. Yo, was geht ab, Leute? Es ist Dienstag. Ich bin zurück. Grüße gehen erst mal raus an Orki und meine Powerbank. Teilweise gesponsert. Also dieses Video hier gab eigentlich nichts. Aber die Powerbank wurde mir mal zugeschickt für meine Deutschland-Tour. Und das Teil hat einfach über 24 Stunden gehalten. Ich war danach noch auf der legendären Rage-Stunde. Check das Video von gestern. Letzte Chance, letzter Versuch auf Schalliger Quasa. Spoiler. Ich war erfolglos. Richtig leidend. Aber auf jeden Fall hat das Teil einfach über 24 Stunden gehalten. Krasses Teil. Und das war danach immer noch nicht leer. Also es hätte wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 Stunden halten können. Sehr, sehr krasses Teil. 24 Stunden. War auf jeden Fall hart. War teilweise lustig. Würde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Aber war schon eine Erfahrung wert. Das war so seine eigenen Grenzen austesten. Ich habe jetzt die Fänge oder so nicht mitgezählt, weil ich habe mich nicht nur auf Fänge konzentriert. Ich hätte die Kilometer zählen können. Das wäre interessant gewesen. Also ich erinnere mich, ich war unter 80 und dann am Montag hatte ich über 130. Aber so ganz genau habe ich nicht mitgezählt. Ja, man hätte es zu einem besseren Zeitpunkt machen können. Erstens, Idee kam recht spontan. Zweitens, habe ich sehr, sehr, sehr selten, eigentlich nie 24 Stunden am Stück Zeit. Also das habe ich mir jetzt auch extra genommen. Zum Beispiel beim Staub-Event hätte man das besser machen können. Hätte sich mehr gelohnt, sage ich mal. Aber ich hätte nicht 24 Stunden Staub gefahren. Das wäre zu hart gewesen. Also ich habe ja jetzt in den 24 Stunden, die habe ich ja recht chillig angehen lassen. Habe viele Pausen gemacht. Habe vieles Verschiedenes gemacht, weil sonst wäre man ja verrückt geworden. Und ich muss sagen, sehr angenehme Atmosphäre so am Abend. Echt gutes Wetter, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Perfekt zum Spielen. Sehr ruhig, keine Menschen. Eigentlich perfekte Uhrzeit. Nur nachts. Das Problem nachts ist, weniger Spawns. Es gab so eine Tiefzeit. Es ist einfach nichts mehr gespawnt. Da war nichts mehr los. Ich hatte nichts mehr zu tun und ich war so müde. Und wenn du nichts zu tun hast, dann fällst du einfach ein. Das war echt, das war die schlimmste Zeit. Wie gesagt, war eine Erfahrung wert, aber nicht nochmal. Es sei denn... Nee, es gibt keine. Würde ich nicht wieder machen. Das war's von mir, Leute. Will mal liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Anomis ab. Fugt mal auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. So. Mal